Und damit Servus und willkommen zurück zu Gabriel Knight und die Sünden der Väter. Ja, erstmal habe ich schon wieder eine Halskrause bis nach Meppen, verdammt nochmal. Aber bevor ich mich weiter auskotze, verlasse ich erstmal diesen Abschied hier, weil dieses Walkie-Talkie-Gerausche oder dieses Geräusche von diesem Scheiß Funkgerät geht mir auf die Nerven ohne Ende. So, ja, weswegen habe ich eine Halskrause? Ja, ich mache diese Aufnahme jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist wirklich so. Das erste Mal ist mir der Rechner abgestürzt. Ahoi, ahoi, Blue Screen. Ich brauche irgendwann unbedingt einen neuen Rechner, es geht bald gar nicht mehr. Es nimmt immer mehr zu. Ja. Bla, 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 bla. Okay, so, jetzt kann ich mich weiter auskotzen. Und beim zweiten Mal habe ich eine ganze Stunde aufgenommen und hatte hinterher gemerkt, dass das Mikrofon aus war. Juhu. Oh mein Gott, das ist halt echt ein verdammt mieser Tag für mich. Ich merke das wohl. Da bekommt man, und verliert man jegliche Lust am Weiteraufnehmen. Aber egal, ich will das jetzt nicht auf euch abwälzen, sondern, äh, ich würde sagen, ich bin mir das Ganze doch jetzt einfach nochmal zum dritten Mal durch, oder? Völlig unproblematisch, völlig unproblematisch. Ich hoffe nur, dass es jetzt klappt, ey. Okay, warum ich jetzt eigentlich hier bin, hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich mir gestern oder so nochmal den letzten und den vorletzten Part angeschaut. Und da ist mir doch aufgefallen, Mosley hatte ja bei uns angerufen und, ähm, hatte irgendwie den Nachnamen seiner Mutter oder Großmutter durchgegeben, der ja Humphrey gewesen ist. So habe ich es noch im Gedächtnis. Beziehungsweise so habe ich es ja dann auch gesehen. Ja, und dann kam mir doch einfach mal die Idee, hm, äh, schaut doch einfach mal auf eure Handytastaturen. Genau, da seht ihr ja, dass jeder Zahl, äh, ein Buchstabenblock zugrundet ist. Also habe ich mich einfach mal hingesetzt und, äh, habe doch einfach mal die ganzen Buchstaben in Zahlen umgewandelt. Und herausgenommen ist, äh, herausgenommen, genau, herausgekommen ist eine achtstellige Ziffer. Und, äh, ich würde sagen, wir rufen da jetzt einfach mal an und schauen doch einfach mal, wer jetzt dran ist. Ich muss dazu sagen, ich habe das schon, wie gesagt, zweimal gemacht. Und bis jetzt war jedes Mal jemand anderes dran. Das scheint also hier ziemlich at random zu sein. Mal gucken, wer jetzt kommt. Mal gucken, wer jetzt kommt. Das ist eine Rekordung. Äh, äh, okay. Das hatten wir schon. Fand ich jetzt nicht so witzig. Die anderen Male hatte ich einen Franzosen dran, der uns beleidigt hat. Eine Frau, die uns für einen Robot gehalten hat. Und eine Hochzeitskapelle hatte ich schon im Angebot. Wie gesagt, ich probiere jetzt doch mal, ähm, eine andere Nummer aus. Äh, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, ich kann hier nur siebenstellige Ziffern maximal eingeben. Und, äh, ja, wie gesagt, die Nummer ist achtstellig. Darum mache ich es jetzt einfach mal so, dass ich die erste Ziffer weglasse und einfach die nachfolgenden wähle. Ja, ich tippe das jetzt gerade mich langsam ein, weil ich die ganze Zeit immer auf den Zettel schauen muss. Wen haben wir denn jetzt? Ah! Der Franzose, der uns beleidigt. Gabriel? Gabriel? Ich weiß nicht, was du sagst. Das falsche Nummer. Ähm, trempet. Ja, genau, äh, das wollte ich euch jetzt nur noch mal, äh, gezeigt haben. Gut, äh, zur kleinen Erheiterung, zum Einstieg, äh, für diesen Part. Gut, ja, wie gesagt, letztes Mal, äh, haben wir ja den, äh, Standort des Tatuns herausgefunden. Und ich würde sagen, da geben wir jetzt auch mal, äh, eiligst hin. Und ich werde mir dieses Gespräch, was danach folgt, jetzt zum dritten Mal anschauen. Ja, wollen wir denn? Man hat ja schon mal eh nichts Besseres zu tun, als am Freitag, als am Freitag seine Parts mehrmals aufzunehmen, weil man immer wieder daran scheitert oder weil man einfach zu dumm ist. Ja, egal. Also, ja, weswegen ich da raufgeklickt habe, seht ihr nämlich, es gibt nämlich eine Umgebungskarte von New Orleans. Habe ich nämlich vorhin auch was draus gefunden. Ja, hier haben wir einmal den Tatort und da haben wir einmal das Haus von Gabriel's Großmutter. Warum die da jetzt mit eingezeichnet ist, weiß ich nicht. Ist mir momentan auch völlig egal. Hat erstmal im Moment nichts damit zu tun, was wir eigentlich wollen. Darum würde ich sagen, gehen wir doch einfach schnurstracks, oder fahren wir einfach schnurstracks zum Tatort. Und, äh, schauen wir doch einfach mal, was da so vor sich geht. Ja, verschwindet. Ich brauche meine Ruhe beim Inspizieren des Tatortes. Ja, das ist übrigens unser Freund Mosley, der Mann mit dem gelben Jackett, welches er in jedem Spiel trägt. Dieses hässliche gelbe Jackett. Dieses unglaublich hässliche gelbe Jackett. Weiner? Äh, genau. Einfach nur zufällig. Äh, das sieht bestimmt widerlich aus. Äh, genau. Einfach nur zufällig. Wir warten noch an eine ID für den Körper. Das ist schrecklich. Ist das nicht eher eine öffentliche Bereich, für dieses Kindes? Ja, das sind wirklich schnurstracks, die Leute. Lakeshore Drive ist nicht genau der 10-Expressway, aber es ist offen für den öffentlichen. Keine Informationen und nichts. Aha, jetzt wird's übrigens interessant. Ja, wieder die schwarze Schwärze, von der ich schon dreimal geredet habe. Prägt euch das Gesicht gut ein. Ich find's irgendwie immer noch so, als sie tut so, als ob sie uns kennen würde. Also, kommt mir zumindest irgendwie so vor. Guten Tag, Miss Getty. Was ist passiert, Officer? Detective Mosley, Mann. Wir haben ein kleines Problem hier, aber nichts für dich, zu beantworten, Miss Getty. Ich sehe. Danke, Detective. Und guten Tag, Herr Präsident. Ja, wie gesagt, merkt euch die Namen. Getty wird für das Spiel auf alle Fälle nochmal interessant. Wow, ich bin in Liebe. Sie wird noch eine gewichtige Rolle in dem Spiel spielen. Nur mal so, als deine Anmerkung. Du solltest sie befragen, Gabe. Hey, ich liebe es, Leute zu belästigen. Also bitte, es ist ein Hobby von mir. Wir haben es umgebracht, Herr Präsident. Es ist ein anderer klinische Pfad. Ja, wir werden den Meekwagen gehen, dann. Willst du einen Officer hier, Herr Präsident? Hat er gerade wirklich Meekwagen gesagt? Fleischwagen? Das hört sich irgendwie ein bisschen sehr unhöflich an, oder? Ja, Herr Präsident, Herr Präsident. Wir werden ihn wegnehmen. Wir werden ihn wegnehmen. Sehr schön. Dann verschwindet jetzt endlich und ich habe Zeit, den Tator zu inspizieren. Dafür gibt es zwei Daumen. Ja, ja, dankeschön, dankeschön. Ah, wollte ich gerade sagen. Du kannst es ruhig sagen, Gabriel. Gut, weg hier. Ich will jetzt endlich in Ruhe den Dardot inspizieren. Verdammt nochmal. Und schaut euch den Wendekreis von diesem Polizeiwagen an. Grandios. Ja, jetzt sind wir endlich allein hier und können uns in Ruhe umsehen. Ja, wie gesagt, ich habe das ja nun alles jetzt schon mehrmals durchgemacht. Darum etwas im Schnelldurchlauf. Gesagt, das Vergrößungsglas. Ich schaue es trotzdem alle Hotspots hier nochmal an. Für die Community. Es ist ein sehr großer Gras. Du ahnst es nicht. Aber was ich hier mal noch vielleicht schauen könnte, ob man hier vielleicht was rausfischen kann. Naja, okay. Dann halt eben nicht. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Hier ist übrigens ein Linienmuster. Und wie jeder gute Schriftsteller hat Gabriel natürlich Block und Bleistift einstecken, um sich Notizen zu machen für sein Buch. Nicht. Wollte ich nochmal so angemerkt haben. Daraus schlussfolgern wir, dass er wahrscheinlich ein ziemlich schlechter Schriftsteller ist, oder? Es ist jetzt auch nur eine Behauptung, die ich einfach mal so in den Raum werfe. Ja, genau. Grobköniger Sand. Du warst es nicht. Ist aber wie gesagt alles unwichtig für uns wichtig oder interessant, ist nur diese Stelle hier für uns. Dieses niedergedrückte Gras, was da ist. Und siehe da. Ja. Seht nämlich mal, was da liegt. Und dafür können wir nämlich jetzt auch die Pinzette benutzen. Was wir auch tun. Ja. Gut. Wie gesagt, jetzt haben wir hier nämlich eine wunderschöne, tolle Schlangenschuppe gefunden. Ja, genau. Sonst gibt es hier, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, nichts weiter zu entdecken. Darum würde ich sagen, verlassen wir auch diesen Screen. Und, ähm, ich sag euch jetzt einfach mal, was ich dann in den anderen beiden Aufnahmen getan habe. Ich bin dann erstmal wieder zurück nach New Orleans, ins Franzosenviertel. Hatte dann einen kleinen Abstand ins Museum gemacht, weil ich dachte, die Frau könnte uns vielleicht weiterhelfen. Aber nein, das kann sie natürlich nicht. Warum ich ins Museum bin, ganz einfach, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Schlange, die da in diesem Plexiglas-Käfig drin saß. Aber wie gesagt, sie wollte uns nicht helfen. Der Typ hier, obwohl, da können wir jetzt hingehen. Wie gesagt, ins Museum gehe ich jetzt nicht, das bringt jetzt überhaupt nichts. Da bin ich hingefahren, weil ich dachte, hm, der war letztes Mal schon so seltsam. Der weiß doch bestimmt irgendwas. Und wenn wir ihm diese Schlangenschuppe in die Nase halten, vielleicht wird er ja weich und rückt mit ein paar Informationen heraus. Hat leider auch nicht viel gebracht. Aber wie gesagt, ich kann euch das jetzt gerne nochmal zeigen. Das probieren wir jetzt einfach nochmal aus. Ich tue es doch gerne für euch. Ich tue es doch gerne für euch. Ja, an dieser Stelle habe ich übrigens einen verdammt schlechten Witz über Monty Python gemacht, den ich hier nicht nochmal da bringen werde, weil... Es war peinlich, dumm und lächerlich. Ja, alles dreist zusammen. Es war ein großes Potpourri des sinnlosen Mülls, den ich von mir gegeben habe. Gut, genau. Ihr seht also, bringt uns nichts, aber... In der Buchhandlung kommen wir dann schlussendlich doch weiter, wie ich herausfand. Und zwar kann es doch die gute Grace endlich mal ein bisschen behilflich sein. Ja, ha! Was aber auch Zeit wird. Hallo, schönes. Das ist ich. Wirklich? Ich habe es vergessen, dass du weg bist. Wissen Sie nichts über das? Nein, sorry. Ja, blöb, das war ein Fail. Aber wir können sie ja direkt auf das Thema ansprechen. Also, tu mir das doch einmal. Haben wir es nämlich schon. Oh, und immer diese Stichleine, ich finde das immer noch so lustig. Ja, Stich, Stich, Stich. Ich weiß sehr wenig über Reptilien und möchte sie so halten. Ich glaube, es gibt ein Buch über Snakes, woanders. Okay, gut. Ich habe keine Information, mit der können wir etwas anfangen. Äh, und genau. Ob ihr es glaubt oder nicht, ob es, es hat tatsächlich drei Parts gedauert, aber wir können endlich Nachforschungen anstellen lassen. Genau, und zwar über diese Malia Getty. Applaus, Applaus. Hm, das Name Getty klingt für Malia. Was ist jetzt noch interessanter? Oh, genau. Oh, genau. Ja, richtig. Ähm, sie sind Mörder. Genau. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Was anderes? Äh, nein. Ich glaube, das reicht auch erst mal, oder? Ich denke, ich habe nichts anderes. Okay. Ja, dann war es das. Erst mal von der Seite. Und dann schauen wir uns doch einfach mal hier. Äh, oder auch nicht. Kam das jetzt schon? Okay. So ist es. Guten Abend, Gracie. Damit würde ich sagen, haben wir den ersten Tag tatsächlich geschafft. Gratulation, wir haben es geschafft. Und ich sehe gerade, wir haben irgendwie zwei Punkte weniger, als ich noch im letzten, bei der letzten Aufnahme hatte. Verdammt. Ach nein, das finde ich jetzt aber echt mies. Naja gut, okay, dann, äh, nützt ja nix. Damit ist schon wieder garantiert, dass ich wahrscheinlich wieder nicht alle Punkte im Spiel bekomme. Aber egal, habe ich sowieso in keinem Gameplay-Teil, habe ich das noch nie geschafft, alle Punkte zu bekommen. Aber naja, es geht auch eher, glaube ich, mehr um den Spielspaß, als um das Sammeln von Heißkurs. Ja, und jetzt bin ich kurz still, denn es kommt eine Zwischensequenz, genau. Ja, und damit sind wir im zweiten Tag. Herzlich willkommen. Maskiert erreicht ich den Ort, war nicht mehr der ich bin. Auch wenn das Musterschämen war, so schien es mir wie geborgt. Ja, genau, wieder so ein, äh, etwas skurriles Verslein, was wir lesen. Wie gesagt, ich lese es einfach erst mal nur vor, ich weiß nicht, ob da irgendwie Zusammenhänge zu dem Spiel gibt, oder aus welchem abstrusen Gedicht man dieses Gedicht oder diese Verse stammen sollen, ist auch erst mal egal. Ich wollte es euch nur mal vorgelesen haben. Ich lese es nicht, das ist eigentlich, schwarz. Also, hab's, da ist ein frisches Kaffee auf dem Tisch. Und jetzt ist es richtig, richtig schwarz. Ich lese es nicht, dass dein Haar direkt auf ein... Oh, ich lese es nicht, das ist nicht mehr. Komm, so schlecht war der Witz gar nicht. Egal. Egal. Nein, da gibt es keine direkten Zusammenhänge, nein. Nein, das ist nur er, der so schlimm ist. Zwinger. Hey, immerhin 31 Punkte. Gott, wie kann man nur so geil auf diese Gottverdammten Punkte sein, ey. Ja, was ich noch angemerkt haben wollte. Jeder, der mein Ankündigungsvideo gesehen hat, dem dürften wohl einige Szenen aus Gabes Traum wohl bekannt vorgekommen sein. Ja. Gut, was hatte denn Grace letztes Mal gesagt? Sie sagte, wir würden ein Buch über Reptilien besitzen. Gut, dann schauen wir uns doch hier jetzt einfach mal ein bisschen um. Geha, das hatten wir alles schon. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das hat... Mein Gott, wie viele Bücher hat der denn zu diesem Thema? Die Top-Geschäle enthält eine sette deutsche Bücher, die erst einmal für die Welt verliebt, um ein Buch zu spielen. Das will ich euch unbedingt zeigen. Grandios. In diesem Regal gibt es nämlich einen deutschen Gedichtband. Und Gabriel liest ihn sogar komplett auf Deutsch vor, was ich richtig gut finde, richtig gut. Es hat ihm schon damals richtig gut gefallen, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Drei Drachen. Drei Drachen kriechen in meinen Strahl. Die Seeler wollen sie lebendig zum Fraß. Das ist nett. Ein bisschen verrückt, aber wer ist der Autor? Heinz Ritter. Ich bin nicht sicher, was das sagt, aber ich habe die Gefühl, dass der Typ war so sicker. Na, redet man denn so über seine Vorfahren? Ja, Heinz Ritter hat es nämlich geschrieben. Ja, erinnert euch auch noch eine Telefonanrufe aus Deutschland, Wolfgang Ritter. Da gibt es auf alle Fälle Zusammenhänge. Wird auf alle Fälle noch richtig spannend, denn er erklärt so den Hintergrund von Gabriel Knight ein bisschen auf. Ja, das wollte ich euch auf alle Fälle unbedingt zeigen, weil ich das so toll fand, wie er dieses Gedicht vorliest. Ja, ist jetzt nicht das beste Deutsch, aber egal. Ich finde es halt super, dass er auch in der englischsprachigen Version das Gedicht auf Deutsch liest. Also, top sage ich nur, top. Was das Spiel auch doch irgendwie noch einen Ticken atmosphärischer macht. Das muss ich einfach sagen. Aber egal, wir kommen hier gerade irgendwie von dem ab, was wir eigentlich tun wollten. Wir suchen immer noch dieses Reptilienbuch. Wir suchen auch die historische Referenze und Biografien von Können und Können. Das muss man sagen. Okay. Ah, sehr schön. Das sieht doch noch was aus. Gut. Das soll uns doch weiterhelfen. Na mal schauen, was in diesem Buch steht. Ich hoffe, irgendwas Interesantes. Und Snakes. Snakes are legless reptiles. Some Snakes kill the prey and poison. Some by constriction. A snake smells by taste in the air with its fog turn. The smells are passed back to a sense organ in the mouth. Hm. 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 Did you know that many of the legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea-monsters, well, they've always been associated with snakes. Grace, get a laugh. Hm. Das sagt der Richtige. Oh mein Gott. Okay. Wie fand ich das jetzt aber nicht ganz so ausschlussreich, wie ich eigentlich erwartet habe. Hm. Ah ja, immerhin wissen wir jetzt, dass Schlangen keine Beine haben, ne? Merkt's euch, das könnte im Bio-Unterricht nochmal wichtig für euch werden. Okay. Ein neuer Tag, eine neue Zeitung, wie ich grad sehe. Ich glaub, die schauen uns da rein vermagten. Äh, okay. Aber... Ne, kannst du sie doch richtig sagen. Ja, sicher doch. Mal schauen, ich bin vor allem gespannt, was unser Horoskop heute sagt. Ich hoffe, was besseres als gestern. Ja. 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 Keine Ahnung... Ich sag das gut. Den Stelle entspannen. Es war richtig jeglich, ihn vermなので. Auf den nächsten Mal, wir haben auch einer bunten Siegelangs camping survolsten. Es ist schon ein bisschen makabern, dass die Leute heute da einfach spazieren gehen. Wie gesagt. Ich fühle einen dunklen Stern, okay? Ja. Der Elektriker hat seine Tools behindert. Er muss planen, um ihn zu retten. Ja, dann probieren wir uns erstmal auf die Unkonventionelle und versuchen erstmal einfach reinzugehen. Vielleicht klappt's ja. Niemand geht zurück da, bis ich so sage, Herr. Entschuldigung. Entschuldigung. Hey, ich habe mich gefühlt. Und so? Das ist Pichy. Das bedeutet mehr für mich, als du jetzt. Verdammt sarkastisch, wenn er diesen Satz sagt. Ich weiß es nicht. Geht das mit mir so, oder? Seht ihr das auch so? Was kann ich dir tun? Ja, bitte lassen Sie mich durch diese tolle Schwingtüre in Mosleys Büro. Genau. Ich bin hier, um Detective Mosley zu sehen. Er ist in seinem Büro. Ich komme zurück. Hm. Hm. Das ging jetzt einfacher, als ich gedacht habe. Ist das ein Hagen war an der Sache? Probieren wir es aus. Gleich sagt er wahrscheinlich, ich gehe sie weg. Nein. Wir können tatsächlich durchgehen. Grandios. Irgendwie, hä? Ich kann mich aber noch erinnern, dass... ...dass wir irgendwann nochmal in Mosleys Büro reinschleichen müssen. Hm. Okay, dann kommt das wahrscheinlich später. Na, egal. Freunden wir uns erst mal, dass wir jetzt endlich ohne Probleme hier reingekommen sind, oder? Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ich hatte ein Gefühl, du sagst, oder? Die beiden sind irgendwie immer so cool drauf zusammen. Ja, aber ich würde sagen, bevor ich jetzt mit meinen investigativen Fragen um mich werfe, beende ich doch erstmal diesen Part und wir befassen uns einfach das nächste Mal mit der Befragung über die Voodoo-Motte und mit vielen tollen anderen Sachen, die wir tun werden. Genau. Und bis dahin sage ich doch einfach mal, schönen Abend noch. Bis dahin.